Der erste Trailer zu The Avengers Infinity War wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht. Dabei kamen einige Fragen auf und das ein oder andere Easter Egg wurde bekannt gegeben. Wir haben uns den Trailer ganz genau angesehen und können euch deshalb heute Easter Eggs aus dem Trailer zu The Avengers Infinity War präsentieren. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 5. Direkt die ersten Bilder des Trailers lassen uns einen Planeten aus der Ferne beobachten. Im nächsten Shot sehen wir einen zutiefst verzweifelten Tony Stark. Also hat er höchstwahrscheinlich das erste Aufeinandertreffen mit Thanos nicht so gut überstanden. Diese Szene erinnert zudem stark an die Vision, die Scarlet Witch ihm in Avengers Age of Ultron verpasst hat. Also entweder ist er zutiefst traurig, weil geliebte Menschen starben oder weil Thanos ihm mit einem Infinity Stein eine Vision in den Kopf gesetzt hat, die Tony Stark zusetzt. Und weiter mit der Nummer 4. Im Trailer bekommen wir eine Szene zu Gesicht, in der Bruce Banner alias Hulk in ein Haus stürzt und dort von Doctor Strange begrüßt wird. Daraus lässt sich schließen, dass Thanos Asgard wieder einmal zerstört hat und Hulk von ihm besiegt wurde. Das bedeutet jedoch, dass Thanos den ersten Infinity Stein an sich nehmen konnte. Und weiter mit der Nummer 3. Nach den Ereignissen in Captain America Civil War sind die Avengers gespalten. Garlet Witch und The Vision scheinen ihre Romanze vertieft zu haben und leben als Paar im Exil. Die Besonderheit? The Vision hat sich zur Tarnung das Aussehen eines Menschen angeeignet. Die Entwicklung ihrer Beziehung passt zum Castingaufruf, der nach Schauspielern für Kinder der beiden sucht. Außerdem interessant, der Mind Stone ist dafür bekannt, dass er den Träger seine Träume, Wünsche und Sehnsüchte zeigt. Da der Stein in der Szene leuchtet, scheint er eben das in diesem besonderen Moment zu tun. Und weiter mit der Nummer 2. Auf den Solo-Film Black Panther müssen wir zwar noch bis Februar 2018 warten, aber wir wissen durch das Ende von Captain America Civil War, dass der Winter Soldier, aka Bucky Burns, in Wakanda eingefroren ist. Zumindest bis man weiß, wie die Gedankenmanipulation durch die Hydra beseitigt werden kann. Im Trailer sieht man außerdem Bucky's neuen Arm ohne roten Stern. Gleichzeitig ist der weiße Stern auf Captain Americas Brust nicht mehr zu finden. Kann es sein, dass der Titel von Captain America weitergereicht wurde? Bleiben wir gespannt. Und zu guter Letzt die Nummer 1. Das Iron Spider-Kostüm aus dem Trailer kennen wir ja bereits aus Spider-Man Homecoming. Dieter hat es dort jedoch abgelehnt. In Infinity War bekommt Spider-Man nicht nur sein neues Kostüm, sondern auch endlich seinen berühmten Spinnensinn, der ihn vor Gefahren warnt. Seine Action-Shots unterscheiden sich massiv vom D23-Material. Dort kämpft er nicht auf der Erde, sondern auf dem mysteriösen Planeten vom Anfang des Trailers, wobei es sich vermutlich um Xander handelt. Alles in einem ein super aufregender Trailer, der einem richtig Lust auf mehr beschert. Ich persönlich kann es gar nicht abwarten, bis der Film bei uns in den Kinos anläuft. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden. Ansonsten war's das für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao!